Hallo Leute, herzlich willkommen aufs Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Wraft. Und wir nehmen hier mal alles in der... Wann ist dieser Kreis da? Ist ja schon immer da, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es wieder ein bisschen rum lag, das tut mir natürlich auch nicht leid. Öh, seit wann gibt es das denn? Das ist neu. Geil, ich kann einfach durch meinen Floß gehen. Ist sehr realistisch. Oha, Delfine. Was zur Hölle ist das? Das Ding ist, wenn ich jetzt da hingehe, verliere ich meinen Floß. Nö, ich gehe da nicht hin. Oder, ich wollte einen Anker bauen. Stimmt. Hallo, lass mich doch mal hier hauen. So. Ne, ich wollte irgendwas anderes bauen. Ne, ich wollte schon einen Anker bauen, oder? Wollte ich einen Anker bauen? Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge machen wollte. Ich würde sagen, wir ernten hier erstmal. Und pflanzen auch wieder. So. Wässern. Ja, mal rein da. Die Kartoffeln hier auch einmal. Die Kartoffeln. Oh, nö, jetzt habe ich hier... Ach, egal. Gut, ich würde sagen, wir essen einfach Kartoffeln. Ach, nee, wir können die doch hier... Können die doch hier reinpacken. Dann haben wir hier schöne, gute Kartoffeln. Zack. Okay, so, was ich jetzt... Ach so, das ist mein Bett. Ich habe mich gerade verwundert, hä? Wir haben in der letzten Folge ein Bett gebaut. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. So, wir brauchen zwei Seile. Äh, vier Seile meine ich. Einen Stein. Habe ich in meiner Kiste Steine? Ja, gut, das heißt, wir können jetzt hier einen Wurf Anker bauen. Den benutze ich allerdings jetzt noch nicht. Was ist das denn hier? Du hast gelernt Feder. Du hast gelernt Sofa. Aha. Okay, so, wir haben jetzt ein Segel brauchen wir noch. Dazu brauchen wir zehn Planken. Warte, ich würde mal sagen, wir packen jetzt hier mal alles rein, was wir so für den Segel hier brauchen. Also zehn Planken. Die kann ich hier schon mal drin lassen. Und Schrott. Davon brauche ich wie viel? Äh, zwei weitere. Okay. Mir fehlen eigentlich nur noch Schrott. So, und die Dinger hier packe ich auch mal rein. So. Okay. Das heißt, mir fehlen nur noch zwei Schrott und dann kann ich ein Segel bauen. Das war schon mal geil. Da hinten ist wieder irgendwas, was man so holen kann. Aber das brauche ich jetzt nicht. So, wir sammeln jetzt hier erstmal alles rein, was wir hier brauchen. So. Also hier einmal das Holz. So. Dann hier auch einmal grünen. Warum rede ich gerade, als wenn ich im Sachsen wäre? So. Hallo. Einmal süß Wasser. Berg. Oh, ich verdurste. Ja, Wasser habe ich. Hier, ich bin doch gerade im Wasser. Ich sehe nichts. Hilfe. Ich werde hier, äh, dingst. Warum ist hier so ein hoher Wellengang, Alter? Mama, bitte. Ich will noch nicht sterben. Schnell, 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 schnell. Ich will noch nicht sterben. Schnell. Komm her, Fluss. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Ah, Mist. Jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Moin. Hi. Wie geht es dir? Okay, reicht doch wieder. Ich bin jetzt wieder. Junge, das sieht so aus, als wäre ich gerade. Hi. Vielleicht bin ich's ja auch. So, haben wir hier mal geziert. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Boah, warum ist hier so ein hoher Wellengang, Alter? Ah, ich bin reingefallen. Hilfe. So, das brauchen wir noch. Äh. Was wollte ich denn jetzt, Leute? Irgendwas wollte ich doch. Nee, die Steine nicht da rein. Ach so, ich brauch Schrott, stimmt. Boah, warum ist hier so ein Wellengang, als wenn, weiß nicht, was wär. Ja, so hab ich jetzt Süßwasser, ja, ne, perfekt, okay. Wir gucken mal kurz, was wir hier machen können, also was wir hier lernen können. Lernen, lernen, lernen. So. Bolzen fehlt hier, hier fehlt Metall. Barren. Große Anbaufläche. Mhm. Sport, schriftlicher Grill. Vogelscheuche. Sammelnetz. Oh, das ist ganz geil. Titan waren. Und Gaukel schwer, okay. Pinsel. Eigentlich brauchen wir erstmal hier so einen richtigen geilen Segel. Damit wir hier nicht immer, äh, ich mein, einen Anker, damit wir hier gut ausgestattet sind. Schrott. Schrott kann ich lernen. Schrott, kommen Sie her, ich brauch Sie. So, erforschen. Jetzt hab ich zwar gar keinen Schrott mehr, aber egal. Brauchen wir auch nicht, so ist unwichtig. Vielleicht bleiben wir jetzt hier gleich irgendwo hängen. Das könnte auch unmöglich sein. Komm her, ich nehm dich mit. Ey, hier wird's hier schon wieder irgendwas geschenkt bekommen. So, eigentlich tut man den ganzen Tag nur sammeln im Warft. Das ist so die Hauptaufgabe. Das war schon wieder so ein Kackfei, ey. Ich würd sagen, wir trinken erst mal was, so. So, okay. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was ich brauche. Ah! Wir können jetzt ein Segel machen, geil. Los, kommen Sie her, kommen Sie her. So. Erstmal gerade sie kurz wieder öffnen. So, einen Becher habe ich jetzt freigeschaltet, okay. So. Meine Ruhe, die vibrated hier die ganze Zeit. So. Okay, so, wir machen jetzt hier erstmal kurz. Zack. Ein Segel. So, was wollen wir denn als nächstes machen? Ein Wimpel. Das ist nützlich, um zu wissen, welche Richtung vorwärts ist. Komm, machen wir auch einfach mal so. Ein Paddel machen wir auch einmal mal, weil wir es können. So. Wir haben jetzt ein Segel. Wo packen wir das am besten hin? Hm... Ich würd sagen, hier, oder? Öffnen. Halten für sanftes Drehen. Warte mal, wir testen das jetzt einmal. So geht's eher. So. Was passiert jetzt? Tatsächlich gar nichts. Geil. Also, du kommst hier hin. Ach, kann es sein, dass das falsch herum ist? Ah, ist schon wieder reingefallen. So. Ich glaube, jetzt könnte es richtig sein, oder? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Überlegen wir uns hier mal kurz hin, damit es nicht in Nacht wird. Kann tagsüber nicht einschlafen. Ach so, es ist noch nicht Nacht. Ach so. Wir können aber hier mal kurz gucken, was gibt es hier noch? Ach nee. Lederhelm. Nasser Ziegel. Sand und Ton habe ich nicht. Ah. Okay, einen Heilköder brauchen wir eigentlich nicht. Ein Sammelnetz brauchen wir. Okay, da brauchen wir sechs Planken und acht Seile. Könnte verwendet werden, um einen Knoten zu binden. Hergestellt aus Palmenblättern. Ich habe doch welche hier. Okay, ich habe leider zu wenig. Okay, sechs Planken. Sollten wir doch wohl kriegen. Aber jetzt pennen wir erstmal. So. Wieder einmal schlafen. Danke sehr. Für die Blumen. Ich habe schon wieder Hunger, merke ich gerade. Das einmal essen und das einmal essen. Zack. Dann auch einmal hier ein bisschen was trinken. So. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Oha, wo sind wir denn jetzt? So, ich mache das mal hoch. Okay. Oha. Wir stehen jetzt. Okay, wenn ich es jetzt wieder anmache. Dann. Ah, jetzt gehen wir in die Richtung, wo ich es hingemacht habe. So. Ich will aber. Ich will aber erstmal gerade. So. Okay. Aber wenn ich es jetzt wieder hoch mache. Okay, das ist geil. Dann bleiben wir jetzt auch stehen, wenn ich es hoch mache. Das ist doch schon mal gut. Wir essen. Falsch. Das hier essen wir erstmal wieder. So. Ach, wir brauchen hier so etwas zum Wässern. Fällt mir dort mal ein. So. Wir ernten das hier einmal. So. Hier kommen jetzt aber die Kartoffeln hin. So. Was ist Essen? Das ist Material. Gut. Material kommt nach tauchen. So. Okay. Wir müssen mal wieder in die andere Richtung. So. Bitte in der. Weil da sind nämlich Sachen, wie ich sehe. Geht das? Ja, ne? Ja, wir sind natürlich jetzt langsam. Warte mal, wenn ich es jetzt hoch mache. Dann... Fahren wir jetzt weiter, oder was? Nö. Ja, mein Lauder. Okay, ich glaube, es geht nicht. Doch, es geht. Ah, bleib in die Richtung. Okay, so. Äh, Wasser. Ah, da seid ihr ja, ihr Sachen. Oh, da hinten ist was. Ich glaube, da fahren wir jetzt auch hin. Sind wir noch richtig auf der Spur? Ja, da sind wir. Das geht nicht. Ich kann ja nichts platzieren. Warum denn nicht? Ah, hier geht's. Okay. Egal, egal, egal. Ah, weil hier süß, was da drin ist. Okay, so. Okay, Leute. Ich würde aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Sorfer vorbei, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao. 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 Ciao.